Leute, herzlich willkommen auf einem weiteren Update von mir. Bitcoin traded momentan bei ca. 44.200 US-Dollar. Wir hatten hier einen kurzen Pullback gesehen von unserer oberen Widerstandslinie, von unserem Symmetrical Triangle hier runter bis auf ca. 43.300 US-Dollar. Nachdem allerdings das FED-Protokoll rauskommt, haben wir jetzt wieder einen Pump gesehen und traden momentan bei 44.200 US-Dollar. Und wie es jetzt weitergehen könnte, werden wir uns in diesem Video anschauen. Also bleibt hier am besten bis zum Ende dran. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir unbedingt ein Like da. Abonniert den Channel, aktiviert die Glocke, um die neuesten Updates nicht zu verpassen. Und natürlich findet ihr die Links zu meinen weiteren Social-Media-Kanälen hier in der Videobeschreibung. So, wir starten direkt mit dem Bitcoin auf dem vierstündigen Chart. Hier wird es gerade extrem interessant, meiner Meinung nach, denn wir haben ja hier unser Symmetrical Triangle besprochen. Dies Symmetrical Triangle ist hier weiterhin noch valide. Wir haben nämlich hier oben einmal unsere Widerstandslinie, wo wir hier jetzt drei Touchpoints haben. Dann haben wir hier unten unsere Support-Linie hier, wo wir ebenfalls drei Touchpoints haben. Und jetzt könnte es natürlich sehr, sehr interessant werden. Wie jetzt der weitere Verlauf sein könnte, wäre wohl möglich, vielleicht, dass wir hier nochmal eine Rejection sehen. Hier runter kommen, diesen Support nochmal testen und dann hier den Breakout nach oben sehen könnten. Was allerdings auch sein könnte, wenn wir hier runter kommen, dass wir nicht nach oben hinausbrechen, sondern hier einen Retest sehen und nach unten hinausbrechen. Denn das Symmetrical Triangle kann hier in der Regel in beide Richtungen ausbrechen. Es ist also kein klares Bullishes oder Bearishes Pattern. Allerdings müssen wir sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir nach oben hinausbrechen könnten, ist aus technischer Sicht ein Ticken höher, da wir aus einem Abtrend hier nach oben in dieses Symmetrical Triangle reinkommen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich für eine Continuation hier an dieser Stelle höher. Es wird, wie gesagt, sehr, sehr interessant momentan. Sollten wir hier aus diesem Pattern nach oben hinausbrechen, können wir auch einmal unser Preiziel anschauen. Dafür ziehen wir das einmal von hier, legen es an die mögliche Ausbruchstelle. Das heißt, sagen wir, wenn wir hier ausbrechen sollten, wäre unser Preisziel bei 48.500 US-Dollar, welches meiner Meinung nach definitiv machbar wäre. Da kommen wir aber gleich nochmal zu, warum diese 48.000 und Tarnung so wichtig sind. Sollten wir einen Breakout runtersehen, dann wäre unser Preisziel hier exakt bei 38.000 US-Dollar. Und wir sehen hier, bei 38.000 US-Dollar hatten wir ja zuvor diesen großen Widerstandsbereich hier an dieser Stelle, an dem wir bis jetzt noch keinen Retest gesehen haben. Denn wenn wir uns das hier anschauen, wisst ihr, sind wir hier eher so immer wieder hochgelaufen, haben diesen Widerstand immer wieder angetestet, haben es nicht geschafft, diesen nach oben hin zu durchbrechen. Dann haben wir es geschafft, mit einem Pump diesen Widerstand nach oben hin zu durchbrechen, ohne einen jeglichen Retest an dieser Stelle. Das heißt, sollten wir hier aus diesem Pattern nach unten hinaus brechen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass wir hier auf diese 38.500 US-Dollar fallen könnten. Wie gesagt, ist die Möglichkeit, dass wir ebenfalls auch nach oben hinaus brechen, besteht hier ebenfalls. Wechseln wir hier einmal auf unseren Daily Chart, wird es hier auch gerade sehr, sehr interessant, haben ja hier an dieser Stelle unser mögliches, beziehungsweise unser Inverse Head & Shoulders, welches allerdings hier noch nicht nach oben hin ausgebrochen ist. Das hatten wir uns ja angeschaut, haben hier nämlich Widerstand, hier nämlich Widerstand, hier nochmal Widerstand. Und jetzt genau exakt hier auch nochmal ein Widerstand hier reinbekommen. Und sollten wir hier einen Breakout sehen, würde ich erstmal sagen, dass hier das technische Preissziel erstmal nicht so interessant ist. Wir haben wie gesagt hier die linke Schulter, hier den Kopf, hier die rechte Schulter, die rechte ist höher als die linke, welches ebenfalls nochmal hier bestätigt, dass dieses Pattern valide ist. Wie gesagt, sollten wir hier nach oben in einem Breakout sehen, können wir hier am VPVR sehen, dass wir hier anfangen ab ca. 46.000 US-Dollar, also in dieser Region, haben wir einen starken Widerstand vor uns. Wir haben hier von ca. 46 bis, ja würde ich sagen, hier bis 49.000 US-Dollar, einen großen Widerstand vor uns zu erwarten, denn wir sehen hier ein erhöhtes Trading-Volumen, was wir hier hatten. Und erhöhtes Volumen, hatte ich euch erklärt, steht immer dafür, dass wir einen Support oder Widerstand erwarten könnten. Und hier in dem Fall haben wir ebenfalls, wie gesagt, hier zwischen 46.000 und 49.000 US-Dollar definitiv einen Widerstand zu erwarten, denn wenn wir uns das anschauen, war das diese Phase, wo wir hier seitwärts gelaufen sind eine einige Zeit und dann erst die Korrektur hier runter hatten. Deshalb hier sollten wir einen Breakout sehen, würde ich hier definitiv vorsichtig sein, da wir hier, bevor wir das Preissziel haben, nochmal hier an dieser Stelle gegebenenfalls rejected werden könnten. Das technische Preissziel können wir uns auch nochmal anziehen. Ich ziehe das mal hier bis zum Candle Close, so am Kopf, legen es hier an die mögliche Ausbruchstelle, wären hier 53.800 US-Dollar. Möglich wäre es, allerdings müssen wir hier definitiv diesen Widerstandsbereich hier hinter uns lassen. Sollten wir das schaffen, dann wäre dieses Preissziel meiner Meinung nach definitiv an dieser Stelle möglich. Wir haben hier noch kurz ein bisschen Widerstand drin, wie wir hier sehen. Das war der vorherige Widerstand, wo wir in dieser Seitwärtsbewegung waren. Allerdings sehen wir hier, dass das Volumen nicht so hoch war, wie in dieser Zone zwischen 46.000 und 49.000 US-Dollar. Schauen wir uns auch kurz einmal den Weekly an. Auf dem Weekly wird es auch gerade sehr, sehr interessant. Wir haben es nämlich geschafft, diese abfallende Trendlinie erstmal nach oben hin zu durchbrechen und sogar unsere Weekly Candle hier darüber zu schließen. So, genau, ziehen wir das so einmal. Wir haben nämlich hier, wie gesagt, an dieser Stelle hier Widerstand gehabt. Dann hatten wir hier nochmal Widerstand, hatten nochmal hier jetzt Widerstand und haben es jetzt geschafft, diese Linie nach oben hin zu durchbrechen. Das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Allerdings würde ich hier noch abwarten, bis wir die 21er EMA-Linie auf dem Weekly hier nach oben hin durchbrechen. Denn diese Linie liegt bei ca. 46.500 US-Dollar. Ich hatte euch ja gesagt, von 46.000 bis 49.000 US-Dollar erwarte ich einen Widerstand. Und es könnte sehr gut sein, dass wir hier nochmal eine Rejection bei ca. 46.500 bis 700 US-Dollar hier in dieser Region sehen. Denn wenn wir uns das hier genauer anschauen, hatten wir die 21er Moving Average hier als starken Widerstand, hatten hier als Support. Und wenn wir uns das anschauen, immer wenn wir unter die 21er Moving Average gefallen sind, haben wir eine leichte Korrektur gesehen. Und erst als wir die 21er Moving Average nach oben hin durchbrochen haben, ging es hier erst mal weiter. Und hier sehe ich es genauso. Wir sind ja hier unter die 21er Moving Average gefallen. Und ich hatte euch damals schon gesagt, die Wahrscheinlichkeit besteht, dass wir korrigieren, wenn wir unter die 21er EMA-Linie hier fallen. Sind hier unter die EMA-Linie gefallen, haben eine Weekly Candle darunter geschlossen, hatten die 21er Moving Average hier immer wieder als Widerstand. Haben daraufhin dann diese Korrektur hier runter bis 33.000 US-Dollar gesehen. Und wie gesagt, hier würde ich definitiv darauf warten, dass wir hier überhalb der 46.700 US-Dollar steigen. Hier auf jeden Fall ein Weekly Candle close sehen. Und dann könnten wir eigentlich wieder bullish sein beim Bitcoin. Wir schauen uns noch kurz unsere EMA-Ribbons an, die natürlich auf dem Weekly auch hier sehr, sehr interessant sind. Hier ebenfalls, wie gesagt, knapp 47.000 US-Dollar EMA-Ribbons. Die Chance besteht immer noch, dass wir von diesen EMA-Ribbons hier rejected werden. Deshalb hier abwarten bis, ja um sicher zu gehen, bis 47.000 US-Dollar, bis wir dort ein Weekly Candle close sehen. Und dann könnten wir hier wieder bullish sein an dieser Stelle. Genau, kurz noch Infos zum FED-Protokoll. Hier nochmal FOMC-Protokoll-Headlines. Keine Andeutung von 0,5% Zinsanhebung, aber Betonung starker Inflation. Also wir können, denke ich mal, erstmal jetzt müssten wir mit einer Zinsanhebung nicht rechnen. Allerdings gibt es ja, glaube ich, nochmal am 15. März nochmal eine FED-Sitzung bezüglich den Zinsen. Und im März könnten wir dann gegebenenfalls eine Erhöhung der Zinsen sehen, welches natürlich nicht unbedingt positiv für den Markt wäre. Deshalb müssen wir bis dahin auch sehr, sehr vorsichtig beim Bitcoin sein, bei Trades. Und schauen wir noch kurz AVAX an. Kurzes Update zu AVAX. Dies haben wir im vorherigen Video mal besprochen. Hatten ja dieses Falling Rage hier, bevor es ausgebrochen war, sind dann hier aus diesem Falling Rage erfolgreich nach oben in ausgebrochen. Haben unser Preisziel erreicht, was wir hier hatten. Unser Preisziel lag bei ca. 89 bis 90 US-Dollar. Haben es sogar geschafft, hier bis 97 US-Dollar anzusteigen. Deswegen definitiv sehr, sehr Bullish wechseln wir hier nochmal auf den Daily. Hatten wir ja nämlich auf dem Daily auch ein interessantes Pattern. Denn hier auch bei AVAX haben wir ein Inverse Head & Shoulders, welches wir schon nach oben in durchbrochen haben. Hier würde ich jetzt auf jeden Fall, wenn ihr noch einen Trade-Off machen wollt, hier darauf warten, dass wir unbedingt einen Retest hier auf die Neckline sehen, damit wir hier auch eine definitiv eine Bestätigung haben. und ein wenig Risiko hier aus dem Markt nehmen. Technisches Preisziel können wir uns auch hier nochmal anschauen. Ziehen es hier so an dieser Ausbruchstelle, legen wir das mal. Technisches Preisziel wäre bei 124 US-Dollar, also exakt hier an dieser Stelle. Moment, da ziehen wir einmal eine Linie, denn das ist eine interessante Zone hier. Wir sehen hier bei 124 US-Dollar könnten wir hier definitiv noch einen Widerstand erwarten. Und hier würde ich definitiv auch Profite nehmen, wenn wir es schaffen, hier bis 124 US-Dollar bei AVAX anzusteigen. Denn zuvor sehen wir hier, dass wir hier rejected wurden, daraufhin dann noch eine Korrektur gesehen haben. Hier haben wir Widerstand gesehen, hier ebenfalls Widerstand gesehen. Sollten wir, wie gesagt, es schaffen, dann über diese 124 US-Dollar zu steigen und hier einen erfolgreichen Retest sehen, dann könnten wir gegebenenfalls auch bei AVAX ein neues All-Time-High sehen. Allerdings, wie gesagt, ist es natürlich auch alles an den Bitcoin geknüpft. Solange der Bitcoin steigt, steigen die Altcoins auch. Wenn der Bitcoin fällt, fallen die Altcoins auch. Das ist einfach so, dass die aneinander irgendwo gekoppelt sind und es hängt immer stark von dem Bitcoin ab. AVAX allerdings auch sehr, sehr interessantes Projekt. Deswegen würde ich euch hier empfehlen, euch ein wenig mit dem Projekt auseinanderzusetzen. Ist auch technisch wirklich ein extrem interessantes Projekt. So, das war es auch schon mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir unbedingt ein Like da, abonniert den Channel, aktiviert die Glocke, um die neuesten Updates nicht zu verpassen und immer auf dem Laufenden zu bleiben. Links zu meiner kostenlosen Telegram-Gruppe und meinem kostenlosen Discord-Server findet ihr hier in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Bleibt alle gesund und bis morgen.